Hallo Freunde, heute ist wieder Zeit für Sky-Isolated. Ich möchte heute meine Eier fertig stellen, aber vorher muss ich noch eine Kiste für den Slutsch-Boiler basteln, damit wir auch die Reste rausbekommen. Ich möchte nicht mit dem Kind zu seinen Eiern spielen. Na komm, nicht mit meinen Eiern. Spiel auf meinen Eiern. Oh Gott, nein. Oh Gott. Oh, die Souls-Hand-Produktion, die läuft aber jetzt richtig. Ich habe 21 Souls-Hand. Ach, hör auf. Ja, so geil. Ja, ich hau die direkt hier rein, da kenne ich nix. So, ich mache mal direkt ein paar Kisten. Du brauchst ja, nee, du hast wahrscheinlich schon Kisten gesetzt bei Souls-Hand, ne? Ja, da ist also eine einzelne Dreckkiste, das sollte reichen. Habe ich noch Awkward in meiner Dreckkiste? Kann ich das stapeln? Nein, habe ich natürlich nicht. Na, egal. Ich wollte sowieso Item-Docs machen. Dafür brauch ich, glaube ich, Zinn. Und Leads. Und dann habe ich Item-Docs. Gleich mal 36 Item-Docs, die brauchen wir ja sowieso immer. So, was ist los, Harvester? Bist du kaputt? Ja, du hast ihn kaputt gemacht. Nein. Ich glaube, ich muss den neu setzen. Nein, Quatsch. Warte, ich komme mal gucken. Ich komme mal gucken. Lass mal hier den Ingenieur ran. So. Ja, okay. Harvester läuft. Oh, ich nehme den kurz. Läuft. Man hat es gehört. Energie hat er. Okay, warum möchte er nicht arbeiten? Wie hatten der da den blöden Oak Sapling hingesetzt? Doof, ne? Flutsch. Das stimmt. Die Sludgekiste lasse ich unten, ne? Ja, ja, klar. Hm. So, wenn ich das jetzt anstelle und dann eine Fackel nebensetze, die ich nicht habe, kann ich mir hier gerade einen Lever bauen. Oder einen Lever, wo es ja gesagt hat. Nein, ich habe natürlich kein Kabel. Kannst du mir kurz ein Kabel runterschmeißen? Hast du einen dabei? Hm. Nein, nur Limestone. Ne. Nein, da kann ich ein Lever draus machen. Da muss ich kurz klettern. Hm? Warum? Warum? Wo war's? Ich habe jetzt keine Arbeit gemacht. Die 없어요. Nein, natürlich nicht. Da habe ich Stecks, alles klar. Und dann kaufe ich noch einen einzigen Kabel. Stellgusons. man aber mal abbauen und neu setzen ich verstehe es zwar immer noch nicht aber wenn man da war richtig rumdrehen würde dann würde auch vielleicht funktioniert der war ja richtig ja aber ich beim zweiten mal setzen habe falsch gesetzt also wenn ich jetzt habe aber doch irgendwas da abgebaut da war noch eben noch holz kommen bau ab machen neu habe ich ja schon hast du schon ja in kassen noch ein lever wir müssen mal den plantag glaube ich ausstellen ja warte ich mache ich gebe dir den und machen neun der liegt hier so ich mach gleich mal ein paar lever lever ja so heißen weil ist ja billiger als eine redstone packen ja auch so geil ich habe das tix dabei so kabel 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 kohle kabel ab in den meter ich werde jetzt mal dieses hat uns hier entfernen ist da schon wieder was gewachsen ich habe nämlich so eine vermutung dass mit der saplings die quasi unter den bäumen wachsen irgendwelche probleme entstehen da haben wir einen hingepflanzt der hat ja auch der hat ja noch gar keine energie ahhh ahhh mann ich bin voll idiot so wo kann ich denn am besten an energie kommen da ich habe noch keinen saft für den ähm slavpoiler da muss ich natürlich nochmal naja stimmt der braucht auch energie hab ich grad nicht dran gedacht ich bin mal gerade hier am abbauen hast du noch energie leiten mhm nope haben wir redstone mhm jup guck mal in der output chest vom ähm vom packager da ist redstone drin der war hier hinten ne da ist er ja hier ist auch ein überflüssiges redstone kabel zwei überflüssige redstone kabel die nehme ich mal ab ne die sind noch am steam deine ammo hier dran ja ne lass die mal da wollte ich noch ähm da wollte ich noch ähm maschinen dran bauen ok das ist nur vorbereitung neun redstone da kann ich sechs stück draus machen das könnte reichen wie war das lead links lead rechts glas in der mittel oben unten redstone glaube ich gerade mal hier meine axt reparieren zack zack ah wie neu ähm 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 jetzt habe ich kein glas so hast du noch glas über äh habe ich irgendwo hingeschmissen ja ähm wohin 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 habe ich das glas gefeuert ach lass sonst war ich neu guck mal in meiner äh müllkiste kann sein dass da rein ob der kapottensaft ist ne genau ja es ist so wunderbar wunderbar was ist das chopper ore habe ich auch noch dabei okay so 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 und so ja sehr schön sehr schön die conduit so sechs stück und dann wenn wir mal ganz viel redstone haben mache ich da auch mal ein stack von so ich hoffe ich hoffe achso ich muss ja auch noch eine kiste machen um holz abzufangen und alles mögliche abzufangen so habe ich jetzt hier alle blätter baumstamm gedönsdinger weg ne da sind natürlich nur welche ich glaube das problem war einfach dass du den plant da angeschmissen hast bevor der harvester liegt was er dadurch irgendwelche probleme hat vermute ich muss jetzt ausprobieren mit zwei möglichkeiten entweder es läuft jetzt oder es läuft immer noch nicht okay ich präferiere nur die erste na mir fehlt eine light phone oh man ja dann mach halt neue wir brauchen davon sowieso noch massenweise ja nur mal das hin und her dann hier ja muss man halt durch außerdem haben wir nicht genügend redstone vielleicht ist noch was in der input box wir gucken ne da waren genau neun stück drin da hat er einen block draus gemacht Mist ist kein neuer redstone in unseren barrett ich hab extra sand in die siebe gemacht äh das meinst du äh ja das oder hatte ich das ja doch schatz was drei sind nur vier stück rausgekommen das redstone ja ja ich hab sie alles gleich noch einmal sechs leitungen machen da ist noch ein holzblock yeah tokis axt improved was kann jetzt ja äh wo steht denn das ah hast hast geist hä wo kommt mir jetzt die leitung her die ich im momentar habe jetzt euch sieben ich muss mich verarschen hi 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 die sind sonst gelaufen naja umsonst nicht aber oh man das spiel will mich manchmal veräckeln nicht nur das spiel naja denn auch jetzt geht das lachspoiler alles klar und ist auch gerade kannst du ja im haja bubo machen ein moment achievement gettingen gut ach ja ich musste ja meinen minecraft neu machen deswegen jetzt auch die erzielt uns wieder starten die tipp uns werden um server gespeichern wie kommt überhaupt an holz das muss runtergefallen sein warum sammelt er nichts ein ach weil die item doch voll ist wahrscheinlich so ich hatte doch kisten dabei da ich füge jetzt erstmal bitte mal schlafen ich habe keinen bock dass hier oben klein irgendwas und mich ja ja okay jetzt sammelt er zumindest die sachen wieder ein ist dies und endlich ich kann nicht schlafen jetzt warum ist denn jetzt bitteschön das holz unter mir ebenfalls dies und willst du mich verarschen warum weg die ganze okay ich glaube das könnte der harvester gewesen sein er hat auf jeden fall energie verbraucht also vermute ich ganz stark dass der harvester jetzt funktioniert aber das probieren wir jetzt naja damit vielleicht nicht so lütsch und da ist noch einer pflanze am besten ja lass dir mal gerade aus okay ich will jetzt erstmal gucken ob es läuft bevor wir das ding anschmeißen hast du noch servus nein neimatic servo dann baue ich halblich aber ich wollte ja auch machst du wie hast du ich gucke mir mal gerade seine soul sand produktion an ja ich mir dann will ich eine dirt produktion machen das wird hier so aber mit den kisten nicht funktionieren das du musst du musst den steam deine moja noch füttern passt noch nicht gemacht sehe ich gerade ja ja da habe ich mir auch gerade schon gedacht wie machst du das du kannst einfach du willst zwei item dukte schließt hier davor macht hier ein servo rein und sagt dem mach holz in den steam deine moja fertig ab badekappt ach so und hier die das alten druck trafst du eigentlich gar nicht wir können ja auch die kiste ach so ja das kann recht bestimmt der muss der ingenieur wieder rein muss er so geht es dann genau genau und dann servo rein auch noch kein servo doch ja für die set links nur vor der kiste ja ansonsten verbrennt er halt die die set links und das ist doch acht seit links kann man auch verbrennen ja das ist wirklich so also braucht eigentlich zwei servos weil mit dem einen sagst du punkt die set links wieder in den planter und mit dem anderen sagst du punkt das holz in den steam deine woche mit dem anderen sage ich wachst du kack baum ist jetzt echt eine gießkarte holen gehen kann mit darum spielen nee ich habe boden lecker für den steam bei namen gebaut ist er heute gekommen wo wir haben eine gast träne bekommen sehr schön ach so durch den servo 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 ja muss ich wohl erst machen erst mal eine sache fertig machen ja oder fang zehn an ja so habe ich das sonst immer gemacht nicht schnell mal mit auf die schnauze so iron glass und redstone natürlich aber da krieg ich nur ein servo für redstone haben wir noch nicht wieder habe ich noch einen ok es reicht ja ich gebe noch ein bisschen sand sand ich gebe noch ein bisschen sand in auftrag ach komm sand brauchen wir viel sand brauchen wir eigentlich momentan sogar mehr als travel oder ja also das meinst du wieso das kommt aus wegen redstone dachte ich jetzt das kommt das gast okay ja immer noch sehr gut das müsste auch gehen wir haben auch noch 17 iron macht mir ein bisschen stress einfach mal in die kiste gucken warum kommt denn hier kein iron kein das draus achte ist noch kabelstern am liebend idiot nicht am lieben allerdings ich kann meine worte nicht ganz seine taten nicht in worte die taten des ich bin ja die ganze zeit am überlegen ob ich hier diese pulverizer output chest auch mit dieser sieb input chest verbinden nur dann können wir halt nicht mehr bestimmen was gesiebt wird sondern er sieht einfach alles was der pulver reist und das ist irgendwie kacke kacke wir haben auch seit links wir machen auch im haben es dann nur ok oder wir können da das reinschmeißen was wir momentan brauchen ja aber ich habe jetzt ein auch sehr wenig dabei gehabt und habe den auf die blackliste packt ja du kannst du auf die blacklist alles packen was du sonst noch was ach jetzt habe ich den servo falsch gesetzt der muss ja hinter die piste nicht vor die kiste oder nein ist schon richtig ist schon richtig aber wo wir es mal so output nee das ist input das kommt doch vom harvester ja das ist ja ein draus beim input brauchst du keine servos wieso geht das so dann muss ich das an den harvester setzte input force nur ja dann ach so du machst okay dann kann ich mich ja um meine sandproduktion aber wie hast du das gemacht ich muss mir das noch mal genauer hier ist wo servo wo brauchst du noch ein servo ist hier eine drin ne gut damals da einen rein ach das ist ja ganz einfach klar ich muss ja nur noch ein servo hier anschließen nee ich kann ja von ich kann ja direkt von hier kommen im item duckt aber ich mache ich nach hinten können wir da auch gut umzugehen so und sagt dass er an der kreuzung die blätter hinschicken soll und ich sag ihm dann auch noch dass er die dann in irgendwelche barrels packen soll und du meinst die kann man auch von der seite befinden oder noch ja also hinten beim steam geht es beim beim solst entgeht und der steam dynamo bekommt jetzt auch schon holz sehr gut so dann kann ich die kohle wieder rein machen gehe ich noch ein wenig soul sense 7 holen ich weiß aber nicht ob ich auch feste materialien von oben das werden wir jetzt einfach mal testen also bei mir kommen feste materialien von oben gehen nicht von der seite keine ahnung keine ahnung probiert hat halter 75 soul sense das gibt es ja nicht so send ist ja einfacher zu besorgen als das wenn man es richtig macht ja da muss ich hin dahin ich überlege gerade hast du irgendwo redstone ich brauche noch einen sehr wohl ist aber ein servo habe ich hinten schon reingemacht also du brauchst nur ein ich brauche noch einen für blätter damit sie in die in die links gehen okay ich guck mal ob hier noch mal das dann mache ich schon mal dass hier sind auch 50 51 fast pappalapap ich nehme die barrels die hier stehen die brauchen wir dann ja nicht mehr um wo ist mit pokers untergang da ich wurde mit mit nether quartz beschmissen du ich mache das ich mache die befüllung auch von oben weil ich dann sicher gehen kann dass auch kein regen in die besser kommt wo wir auch kein gramm was die befüllung von oben hier und mir oh ein blauer close room worauf muss man den setzen stehen auf stein setzen sieben barrels müssen ja bereichen und ich will das ding irgendwo hinsetzen aber wie sagst du dem soul sand oder producer eigentlich dass er den soul sand rausholen soll da sind unten noch der kann durch ein halbes auch rausholen fuchsig fuchsig ja geil war cool ach du hast jetzt hier alles weg und du bist ja mal krass unterwegs da kennst du nix da kenne da nix wo ein ghostwoods sapling haben wir gerade bekommen sehr schön ich glaube ich muss mal auf das design der insel scheiße ist alles nicht symmetrisch hier es muss funktionieren theoretisch könnten wir auf den servo auch verzichten weil er eh nur blätter annimmt von dem was hat annie er nimmt auch saplings an dann muss ich dann muss ich dann muss ich dann muss ich kurz auch ausschalten hier damit er nicht wo das hier geht mir auch die eier das wird jetzt auch automatisiert hast du hast noch kein servo drin hier wo wirst du an der kreuzung hier ich habe ich habe hier neben der kiste ein servo reingemacht da damit das sind ja damit der steam dynamo holz bekommt das ist aber der den du hier rausgenommen hast du nee den hatte ich selber noch dann ist hier ja noch ein stopp ja doch das ist ja der ja ja okay ich glaube alle müssen wir doch noch ein bisschen redstone haben ein redstone erreicht ja naja gut dann machen wir neu sehr wo eine kiste kiste habe ich dabei war dann wohl bitteschön und gerade eine machen hast du in der hand jetzt habe ich sechs und schwer bei 21 minuten nein das geht immer so so schnell was 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 wollte ich tun verdammt das heißt vergessen aber genau ja irgendwo eisen die alte er ist ja sehr gut ich muss kurz mal einen was ist hier weg damit servo servo wie ging denn jetzt noch mal ein hopper stuf hopp 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 so zack zack also wenn ich da rein du musst in der nächsten minute die ab mod machen echt ist vor information kann ich da nicht muss ich da wieso denn nicht ich hab da doch im servo der ist weg der servo warum hast du ich kann nicht vergesst die abwort nicht installiert ja ok leute ich bin ein bisschen sauer mein servo ist verwunden aber ich muss die ab und machen dann kümmere ich mich halt nächste folge darum das sind dann für zuschauen abonnieren abonnieren like nicht vergessen mich und den autokan sonst gibt es weltuntergang und dann sehen wir uns das nächste mal wieder reingehauen ja 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 ja